Hallo, 5.03.2021. Ich habe heute einen kleinen Medientipp und zwar hatte ich auf YouTube den Kanal 204 Media geguckt. Da zeigen die ja öfter mal ein Interview mit Ralf Ludwig, aber auch mit anderen. Und die haben den Hinweis gegeben, dass Querdenken 711 jetzt ein neues, ich nenne das jetzt mal ein neues YouTube gemacht haben. Also die haben praktisch eine Internetseite, die heißt tube.querdenken-711.de. Und das ist sowas wie YouTube. Da kann man Videos gucken, kostenlos und top aktuell. Ich war auf der Seite und dann habe ich natürlich erst mal 204 Media eingegeben. Die haben einen Kanal, da gibt es auch schon Videos. Dann habe ich gefunden KenFM, der ist sehr aktuell. Also der hat da genau die gleichen Videos hochgeladen wie auf seiner Internetseite. Dann habe ich mal den Boris Reitschuster da eingegeben. Der hat auch einen Kanal, aber die Videos, die waren nicht aktuell. Die waren schon drei Monate alt. Ich denke mal, das kommt. Die haben aber, alle wichtigen haben da auch einen Kanal. Und was ich sehr schön fand, den Kanal von Querdenken 711. Ich schreibe unten rein, wie man die genau findet. Den fand ich deshalb schön, weil der nicht nur von den Demos Videos hat. Also da gibt es einen Kanal, da zeigen die nur die Demonstrationen und die Redner. Ist auch interessant, aber die haben auch einen Kanal. Da kommen alle möglichen Leute zu Wort. Der Christian Kreis, Daniele Ganser, also alle interessanten Leute. Der Rainer Füllmich. Und da ist man praktisch auf einem Kanal rundum versorgt, hätte ich fast gesagt. Also ich finde das schön, dass die da so gemischte Videos auch haben auf dem einen Kanal. Also die haben da teilweise mehrere Kanäle, aber ist ganz einfach. Das ist genauso einfach wie YouTube und man findet da auch alles, wenn man weiß, was man sucht. Und ja, ansonsten gucke ich Sitzung 40. Da gibt es ja zwei Teile von Sitzung 40 Corona-Ausschuss. Und das ist über mehrere Stunden. Da bin ich noch nicht so weit. Aber mir persönlich ist es wichtig, mir die ganzen Sitzungen komplett anzuhören. Weil manchmal zwischen den Zeilen so wichtige Infos sind. Und mir macht das immer wieder Mut, wenn ich diese Anwälte sehe. Und wenn die immer wieder sagen, dass die sich um Gerechtigkeit kümmern. Das ist mir persönlich eine Wohltat. Weil wenn ich zwischendurch manchmal so andere Videos sehe. Ich hatte eins gesehen von Hamburg, wie die Polizei gegen Heiko Schöning vorgegangen ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich das auf dem Kanal Boris Reitschuster gesehen habe. Ich glaube, dann wird einem Angst und Bange. Dann kriegt man wirklich Angst, dass wir gar keine Gerechtigkeit mehr hier reinkriegen. Und wenn ich die Bundespressekonferenz sehe, dann wird mir auch Angst und Bange, weil ich immer sprachlos bin. Ich bin sprachlos über die Menschen, die da Auskunft geben. Und ich bin auch sprachlos über diese Passivität vieler Journalisten. Das ist ein absolutes Rätsel. Das ist Ausnahmezustand. Ich kann selbst als Psychologin das nicht erklären. Ich weiß nicht, was in manchen Menschen im Moment vor sich geht. Das ist mit Angst nicht mehr zu erklären. Das ist schon eine Haltung, wo ich mich wirklich frage. Ich sage jetzt mal, das sind viele Leute in meinem Alter, die da irgendwie Pressesprecher sind, die Entscheidungsträger sind, die irgendwie wichtige Figuren der Bundespolitik sind. Das sind Leute in meinem Alter, Leute um die 50. Und ich frage mich, was ist in den 80er, 90er Jahren mit den Menschen falsch gelaufen? Was haben die gelernt? Und wenn ich an diese Zeit zurückdenke, da war ich ja auch. 1990 war ich 20 Jahre alt. Und das war eine Zeit der Fülle. Da gab es keine Sorgen. Da konnte man relativ leicht Arbeit finden. Man hat relativ, sag ich jetzt mal, wenn man eine Ausbildung hatte, auch einen Festvertrag bekommen. Man konnte, wenn man studiert hat, auch eine passende Stelle kriegen. Und ab den 90er Jahren, also praktisch die letzten 30 Jahre, da ist, ich sage mal, die Wirtschaft immer härter geworden. Und das Unmenschliche, das hat sich etabliert. Also ich bin eigentlich in einem Berufsleben gestartet, wo ich live miterleben konnte, wie Dinge sich permanent verschlechtern. Ich habe ungefähr 15 Jahre als Krankenschwester gearbeitet. Und ich habe permanent mitbekommen damals, wie die Pflege immer schwieriger wurde für Mitarbeiter. Und dass immer mehr auf Kosten und Profit und sowas geguckt wurde. Und immer weniger auf den Patienten. Und später, als Psychologin in der Klinik, habe ich auch mitbekommen, dass die Diskussion immer nur um die Abrechnung ging. Und dass Diagnosen auch ein bisschen so gestellt wurden, dass man das gut abrechnen kann. Und also es ging immer mehr ums Geld. Und Arbeitsverträge wurden auch immer schwieriger, also wie soll ich sagen, es wurde immer schwieriger, eine volle Stelle unbefristet zu bekommen. Also ich kann sagen, die letzten 30 Jahre, es ist nicht besser geworden. Und in dem Sektor sozialpädagogische Betreuung von Arbeitslosen, da habe ich ja auch gearbeitet. Ich sage mal, der Kunde ist König, ist nicht unbedingt die Überschrift. Also es geht eher darum, Leute in Maßnahmen zu stecken, damit die aus der Statistik verschwinden und nicht mehr als arbeitslos dastehen. Und nachhaltig sich um jemanden kümmern durch Einzelcoaching und wirklich gucken, was möchte derjenige. Nur weil einer irgendwas gelernt hat, heißt das nicht, dass er den Beruf machen möchte. Und nicht jede Frau, die arbeitslos ist, möchte Altenpflegerin werden. Und nicht jeder Mann möchte als Helfer irgendwo bei einer Zeitarbeitsfirma arbeiten. Ich sage das mal so, also ich habe schon mitbekommen, wie sich die Zeiten geändert haben. Und das, was ich als junger Mensch mal kannte, dass Leute irgendwie 40 Jahre bei der Post gearbeitet haben, habe ich selber nicht erlebt und auch bei vielen anderen in meinem Alter nicht so erlebt. Und sich irgendwie was zurückzulegen, um größere Dinge anzuschaffen, ist auch immer schwieriger geworden. Und das Modell, einer geht arbeiten, einer bleibt zu Hause, ist auch immer weniger geworden. Also ich kann viele Sachen berichten, was sich zum Negativen entwickelt hat. Und ich glaube, dass das alles, was ich in den letzten 30 Jahren so selber erlebt habe, dass das praktisch jetzt in so einem Zustand geendet ist, den wir jetzt haben. Also das ist so praktisch der Gipfel der Unmenschlichkeit. Das ist im Moment ein Zustand, den hätte ich mir nicht vorstellen können. Und trotzdem muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich die ganzen Jahre gespürt habe, dass das immer, immer in die falsche Richtung läuft. Und man versucht dann persönlich irgendwie das Beste draus zu machen und verändert sich und bildet sich weiter und ist offen für was Neues. Und dass das Ganze aber ein systemisches Problem ist, ein strukturelles Problem ist, wo man gar nicht mehr mit Einzelfallcoaching, sag ich jetzt mal, gegen ankommt, weil die Leute da gar nichts für können, weil das einfach schon von der Politik so angelegt ist, dass so und so viele Leute arbeitslos werden müssen. Und die, die einen Job haben, werden immer härter herangenommen, kriegen immer weniger Geld, ist auch angelegt. Und dann heißt das immer, ja, du musst dich besser qualifizieren. Das sind diese, ich kenne mittlerweile ganz viele Sprüche, wo ich immer denke, das ist eine schöne Umschreibung für, wir haben viel zu lange eine falsche Politik gehabt. Und das kann auch, ich sag mal bald, keiner mehr leugnen. Weil so wie im Moment in die öffentlichen Kassen reingegriffen wird von irgendwelchen Leuten, die dafür gar nicht befugt sind, da muss man sich nicht wundern, wenn nichts mehr über ist. Also aus dem Grund gucke ich Corona-Ausschuss, weil das ist so für mich der Strohhalm, wo ich mich dran festhalte und wo ich glaube, dass es doch noch Menschen gibt, die intrinsisch motiviert sind, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Nicht, weil sie dafür bezahlt werden, sondern weil sie ein Herz haben und weil sie nicht nur für sich selber das Beste wollen, sondern für alle. Und ich glaube da dran. In dem Sinne, bis bald.